Herzlichen Glückwunsch zum Spatenstich. Vielen Dank. Kurze Frage, wann geht es los? Wann wird offiziell eröffnet? Also heute ist es losgegangen praktisch und wir geben uns Mühe, dass gegen Oktober eine neue Eröffnung hier stattfindet. Was passiert mit dem Haunstädter Hof? Du stellst mir Fragen. Haunstädter Hof wird wahrscheinlich nicht mehr konzessionsfähig. Das muss entweder weggeschoben werden oder neu hin. Das heißt, es werden beide Betriebe nicht gleichzeitig? Nein. Haunstädter Hof gibt es künftig hier nur in der Landsberger Straße 48. Doch bis zum Oktober sind wir beim alten Adressa, so wie gewohnt. Das neue Objekt wird auch unter dem Namen Haunstädter Hof geführt? Ja, Haunstädter Hof ist ein Name, das ein Gast erfunden hat und den nehme ich mit. Das habe ich auch patentiert und passt auch zum Haunstädten. Weißt du, jemand hat mich vorhin gefragt, was hast du hier gemacht? Ist es deine Idee? Und so weiter. Nein, das ist überhaupt nicht meine Idee. Das ist entstanden aus dem Grund, weil meine Gäste sind so frei und sagen sie mir, was sie wünschen. Sie wünschen neben der Qualität auch noch gewissen Komfort. Und jetzt kann ich in meinem Haus auch geben, eigentlich. Im fremden Haus kann ich das nicht so geben, weil mir sind auch oft die Hände gebunden und dann kann man nicht das machen, was man will. Perfekt. Danke. Das war's. Okay. Danke. Danke. Danke.